Verbraucherbeirat Verbraucherbeirat Verbraucherbeirat, das sind Verbraucher, die sich bei uns beworben haben. Und dort kriegen wir fantastisch, sehr kritisch, aber auch unheimlich konstruktives Feedback. Und heute haben wir den Verbraucherbeirat eingeladen, hier nach Vittel. Ich habe viele Fragen beantwortet bekommen. Ich bin mit einer sehr kritischen Meinung hergekommen. Ich gehe auch mit einer sehr kritischen Meinung. Aber sie hat sich ein bisschen geändert, weil ich in die Materie reingucken konnte. Mir hat es gefallen, dass der Verbraucherbeirat sehr offen die Fragen gestellt hat. Und ich freue mich, den Dialog fortzusetzen.